Na hallo ihr dicken Dinger. Wisst ihr wo das heute hingeht? Zum Tierarzt. Ja. Das geht nachher zum Onkel Doktor. Gute Reaktion. Weggerannt. So hier kommen die nachher rein. Dann kommen sie in die Tüten und dann geht es mit dem Auto ab zum Tierarzt. Die wollen nicht, die riechen den Braten. Die Herausforderung besteht jetzt, dass diese Meerschwenne in diesen Karton reingehen sollen, dass man sie leichter rauskriegt, um sie dann zum Tierarzt zu bringen. Ich hätte das Wort Tierarzt nicht sagen sollen. Ich will da nicht rein. Nein, ich gehe da nicht rein. Wir bleiben hier sicherer. Der Eingang ist da woanders. Aber nein, ich habe auch keinen Bock. Ne, das wird nicht. So das eine Meerschwenne hätten wir jetzt schon mal draußen. Der sitzt da in dem halboffenen Karton. Ich weiß gar nicht, was es da machen soll. Jetzt hier Schwein Nummer zwei. Na. Hast du da schon wieder rein geschissen? Doofes Meerschwein. Da ist doch schon wieder eine Wirsch zu sehen. Uff. So, hier hätten wir Schwein Nummer zwei in der Box. Na. Ihr mögt es gar nicht rausgenommen zu werden, ne? Nein. Jetzt stehen wir hier mit den zwei Müffelstücken vom Tierarzt. Und jetzt soll was gemacht werden? Krallen schneiden? Krallen schneiden und? Fell. Fell. Fähne. Na ja, das übliche Tumpen. Schl verschiedene Tumpen. Komm